mit dem projekt dsa erinnert schule unterm hakenkreuz arbeitet die deutsche schule athen ihr dunkelstes kapitel auf die zeit des nationalsozialismus und der deutschen besatzung in griechenland die ns ideologie wurde auch an der deutschen schule in athen erschreckend stark über schulmaterialien vermittelt das fand die projektgruppe gemeinsam heraus sie recherchierten dafür in archivmaterial und führten interviews mit ehemaligen schülerinnen und schülern die tatsache wie sehr ein staat bildungseinrichtungen für politische interessen und ziele instrumentalisierte und schüler indoktrinierte und welche auswirkungen dies auf die vorstellungswelt und ideen von jugendlichen hatte erschütterte die gruppe und machte sie gleichzeitig sensibel für aktuelle formen von manipulation ausgrenzung diskriminierung und antisemitismus spannende begegnungen herzliche freundschaften und viele wichtige persönliche erfahrungen erleben wir in unserem projekt mit adesa erinnert webseite wollen wir eine brücke zwischen der vergangenheit und der gegenwart bilden und alle zu einer lebendigen und kreativen auseinandersetzung mit adesa schulgeschichte einladen mein lieblingsmoment in der ag war die schülerreise in benin wo wir die chance hatten im bundesarchiv zu erforschen und wichtige informationen für uns im projekt zu finden ich werde auch die beziehungen die wir entwickelt haben nicht vergessen wir haben mit schülern aus distomo und auch aus berlin gearbeitet ich bin sehr stolz auf alles was unsere team im letzten jahr geschafft hat